So momentane Temperatur, minus 6 Grad und ich gehe jetzt raus zum Autowaschen. So hallo hier ist Dr. Du und wenn das Auto so stark vereist ist, dann können wir es natürlich nicht waschen. Sondern das muss eisfrei sein, am besten wenn man unter dem Carport parkt, weil sonst spurt man das Mittel aufs Eis und das kaut ja nicht gleich auf. So hier haben wir das Lünter Waschmittel. Ich bin stark vermunt, weil mir so arschkalt ist. Lünterschein Cleaner von der Firma MyCleaner. Der ist zwischen 5 und minus 15 Grad, soll der funktionieren. Jetzt haben wir minus 6, das werden wir gleich mal sehen. So die Technik ist wie in meinem ersten Video, das heißt genug einsprühen, nicht zu viel, schön zerstäuben. Dann wird der Dreck mit dem nächsten Tuch, mit dem einen Tuch mal zwei Tücher, mit dem einen Tuch wieder Dreck weggenommen und mit dem zweiten danach poliert. Ihr seht schon das Mittel gefriert nicht, es ist wie gesagt minus 6 Grad. Selbst auf der kalten Glasscheibe ist kein Problem hier. Man nimmt es schön mit dem Mikrofasertuch den Dreck weg. So ihr seht schon den Unterschied. Gerade an der Heckklappe ist der Yeti immer extrem dreckig. So und dann wird über den zweiten eben nachpoliert. Das Polieren selbst ist ein wenig anstrengender, da das Wachs doch bei der Kälte fester ist und man braucht doch mehr Kraft um es wirklich zu polieren. Also es geht nicht so flott und leicht von der Hand wie im Sommer oder bei wärmeren Temperaturen. Aber ihr seht schon den Effekt wie gut das Auto gleich aussieht. So weiter geht es hier unten an der Heckklappe, wieder schön einsprühen. Man braucht ungefähr 200 bis 250 Milliliter, denn bei warmen Temperaturen, im Winter ist der Wagen dreckiger, da braucht man sicherlich ein wenig mehr. Aber ich würde im Winter eher nur Teilbereiche des Autos reinigen, wie zum Beispiel die Heckklappe und die Frontpartie. Ich würde den Wagen gar nicht komplett selber waschen. So perfekt sauber, ihr seht wie er glänzt und strahlt. Also ein besseres Ergebnis kann man kaum erzielen. So und um die zweite, hier ist richtig Dreck an der Seite, wollte ich euch auch mal zeigen, damit ihr mal seht wie schnell der Dreck sich doch auflöst mit diesem Mittel. Es ist wie gesagt minus 6 Grad, der Wagen ist durch Regen gefahren, der Dreck ist dort angefroren. Wir sprühen eben locker rauf und nehmen das relativ leicht mit dem Mikrofasertuch dann wieder weg. Was ist個 das erste Ding für tai? Uuuuuh Bestellt dich 一 Dron Chente Rang So eben noch schnell nachpolieren, und zwar immer nur der Bereich den man gereinigt hat, das ist ja klar, aber ihr seht hier schön den Unterschied, wie dreckig der Wagen doch ist, ich habe erstmal nur so eine kleine Ecke hier ausgewählt, Autowaschen unter 0 Grad, gibt es in keiner Waschstraße, ihr braucht keine Angst haben vor zugefrorenen Türen, weil ihr wascht ja ohne Wasser in dem Sinne, die Gummidichtungen sind überhaupt nicht betroffen, also eine ideale Lösung für den Winter, um doch mal eben schnell das Auto sauber zu waschen. So nun kommen wir zum Mini, hier ist alles vereist, ich wollte es trotzdem nochmal ausprobieren, wie ihr seht, ich sprühe das einfach mal rauf, und es geht doch relativ leicht ab, es ist natürlich schon das Eis, das muss man ein bisschen wegschieben dort, also nicht so ideal, besser ist wirklich der Wagen, ist eisfrei, aber es geht auch so, das heißt wenn man eine verdreckte Stoßstange hat, und sagt mein Gott, ich will das mal eben putzen, dann putze man halt nur Teilbereiche des Autos, und dann ist es wieder gut. So noch schnell nachpolieren, dann seht ihr mal wie das wieder glänzt, ich würde bei der Kälte nur Teilbereiche des Autos waschen, also ich muss ehrlich sagen, da muss man ganz schön motiviert sein, die Finger fangen ganz schön an zu frieren, insofern mein Fazit ist, Mittel ist perfekt, aber die Motivation muss stimmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.